So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial Reihe. Heute geht es darum, wie kann ich mein neuronales Netz lernen lassen. Und das ist gar nicht mal so schwer, wie mein Netz denken würde. Wir haben das letzte Mal hier ein Netz gebaut, den Kram lasse ich mal hier raus. Wir haben dann irgendwelche Inputs genommen und haben die einfach mal durchs Netz durchgejagt. Das heißt, es kam einfach irgendein Mist raus. Aber tatsächlich wollen wir jetzt natürlich, dass unser Netz auch irgendwas lernt. So, und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir wissen, was wir da eigentlich tun. Wie gesagt, ganz, ganz besonders schwer ist es natürlich noch immer an die Daten ranzukommen. Wir benutzen jetzt hier aktuell gerade Randend, damit wir uns damit einfach nicht auch noch auseinandersetzen müssen. Das heißt, irgendwelche Daten und damit wir einfach mal die Thematik verstehen. Wir werden aber noch richtige Sachen hier programmieren. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir brauchen einen weiteren Import. Den habe ich hier noch nicht eingefügt. Und zwar ist das der Optimizer. Der ist sozusagen für das Training verantwortlich. Das heißt, der macht alles, was ihr braucht. Man kann das Ganze auch von Hand machen. Ist allerdings nicht ganz so angenehm wie mit einem Optimizer. Also es ist super, super simpel, wenn ihr einen Optimizer benutzt. Das heißt, wir importieren torch.optim asoptim. Also, damit wir eben wissen, als Optimizer. Ihr könnt das Ganze natürlich auch ausschreiben. Ihr könnt es importieren, als was ihr wollt. Ich werde es jetzt hier als Optim importieren. So, und was wir jetzt machen wollen, ist, wir brauchen erstmal ein Kriterium. Das heißt, wie soll unser Fehler berechnet werden. Und da gibt es mehrere Fehlerarten. Die habe ich euch in der Tutorial-Reihe zu neuronalen Netzen der Theorie auch schon erklärt. Ganz im Detail. Wir werden jetzt hier einfach noch die Sachen benutzen. und vielleicht uns noch mit dem Anwenden natürlich beschäftigen. Ihr könnt ja aber zum Beispiel MSE benutzen. Also Mean Squared Error. Ihr könnt einen Soft Max benutzen, falls ihr nicht mehr wisst, was das ist. Oder ein Soft Min oder ein Soft Plus oder ein Soft Sign. Whatever. Wir werden jetzt hier einfach den ganz normalen MSE benutzen. Und der ist eigentlich auch ganz gut für sowas. Wenn ihr irgendwie euer Netz optimieren wollt, dann optimiert hier an den Neuronen, die ihr zwischendrin habt, optimiert an den Schichten, die ihr zwischendrin habt und optimiert vielleicht einfach mal an der Fehlerfunktion. Vielleicht ist für euer Verfahren einfach eine andere Fehlerfunktion sinnvoller. Das ist jetzt aber, wie viel Fehler haben wir auf unserem Zieldaten. Das heißt, was jetzt passiert ist folgendes. Man jagt hier durch euer Netz irgendwelche Daten durch. Haben wir jetzt hier schon gemacht. Das heißt, wir berechnen den Output. Dann sagen wir, okay, wir wollen den Mean Squared Error berechnen. Das heißt, wir berechnen den Fehler anhand von einer Funktion. Wie genau? Wie gesagt, andere Tutorial-Reihe. Und da müssen wir dann noch schauen, wie viel Fehler haben wir denn. Und dann können wir darauf basierend eben Backpropagation durchführen. So, das ist so das Ziel dahinter. Dafür brauchen wir aber erstmal irgendwie ein Ziel, was wir quasi raus haben wollen. Und das wissen wir natürlich aktuell noch nicht. Da habe ich jetzt einfach auch irgendwelche Random-Daten gemacht. Logischerweise sind das keine echten Daten, zumindest aktuell. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Aktuell sind es zumindest noch keine echten Daten, werden wir wie gesagt noch machen. Hier haben wir jetzt einfach, oder das habe ich wie gesagt vorbereitet, einfach einen 10er Vektor. Das ist sozusagen der Ziel-Output für eins von diesen Inputs. Wir wissen aber, dass wir 10 Input-Vektoren haben. Und deswegen habe ich einfach gesagt, das Ganze machen wir 10 Mal, packen das in den Tensor rein und wrappen den Tensor in eine Variable. Das muss auch wieder eine Variable sein. Das ist jetzt unser Target. Das heißt, das, was wir eigentlich erreichen wollen. So, also wie gesagt, das sind einfach irgendwelche Werte. Binär jetzt in dem Fall, aber das muss nicht binär sein. Das kann irgendwas sein. Wie gesagt, das sind ja auch normalerweise Flow-Tensoren. Okay. So, was wir jetzt haben wollen, ist folgendes. Wir wollen jetzt natürlich dieses Loss erstmal berechnen. Und das Loss berechnet sich auch wieder funktional. Das heißt, wir sagen hier Loss. Also der Fehler sozusagen ist gleich über unser Criterion. Und warum macht man das jetzt hier in einer separaten Funktion? Naja, wir können hier ganz einfach sagen, wir wollen direkt einfach austauschen in Softmax. Deswegen macht man das normalerweise so separat. Okay. So, jetzt haben wir hier unser Criterion. Jetzt können wir das auch wieder aufrufen wie eine Funktion. Stecken da Out rein und stecken unser Target rein. Das heißt, das, was wir erreichen wollen. Das heißt, wir vergleichen einfach sozusagen nach Mean Squared Error, wie eben Out, also wie der tatsächliche Output aussieht und wie das eigentliche Ziel, das, was wir erreichen wollten, aussieht. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, unser eigentlicher Fehler, das ist jetzt der Fehler auf der allerletzten Stufe, sprich der Ausgabefehler insgesamt. Und Mean Squared Error berechnet den wirklich einfach über die kompletten Daten drüber. Das heißt, das ist auch nur eine einzige Zahl. Das ist trotzdem ein Flow-Tensor hier, weil man es als Variable braucht. Ihr seht hier auch Variable Containing, bla bla bla. Und dann sehen wir, dass wir einen Fehler von 0,7202 haben, was verdammt hoch ist, wenn ich das jetzt aber nochmal ausführe. Das ist ein völlig anderer Fehler, weil ich natürlich andere Zufallswerte habe. Also, ja, ihr wisst hoffentlich, was ich damit meine. Das sind einfach keine echten Daten. Okay, wenn ich jetzt aber hergehe und folgendes mache. Und das ist jetzt ziemlich cool bei PyTorch, muss ich sagen. Ihr könnt einfach euch angucken, wie dieser Fehler zum Beispiel auf der ersten Stufe aussieht. Das heißt, Grad Fn ausrechnen. Und da sehen wir hier, das ist das MSE-Loss, das ihr zunächst einmal habt. Ihr könnt das Ganze aber auch noch eine Stufe weiterführen. Und zwar könnte ich hier direkt sagen, ich will angucken, wie das Loss eines ganz speziellen Layers aussieht. Das heißt, ihr könnt sagen, das ist zum Beispiel das Layer, für das ich jetzt hier wissen will, wie mein Loss aussieht. Also könnt ihr hergehen und könnt sagen, Next Functions von 0 von 0. Weil ihr natürlich das Ganze mehrdimensional haben könnt. Das heißt, ihr könnt auch mehrere Funktionen, also mehrere, die Outputs von einer Schicht in mehrere weitere Schichten einspeisen sozusagen. Deswegen braucht man hier diese zwei Dinger. Werden wir vielleicht noch im Detail mal klären. So, das ist jetzt das Loss sozusagen für diese Schicht hier, die wir eben definiert haben, für unser Linear Layer. Cool. Brauchen wir aber alles tatsächlich eigentlich gar nicht wissen. Das heißt, das mache ich jetzt einfach wieder raus. So, was wir jetzt dringend machen müssen, das ist so eine Eigenheit von PyTorch, die man vielleicht in TensorFlow so nicht kennt. Wir müssen unsere Gradienten, also das heißt die Veränderungen sozusagen, die werden immer in einer Variablen gespeichert. Da speichert sich sozusagen die ganze Zeit drin, wie viel hat sie sich verändert. Also vor allem jetzt hier in unserem Netz sind eben diese ganzen Gradienten. Und die wollen wir jetzt auf 0 zurücksetzen. Warum machen wir das? Ganz einfach, wenn wir es nicht machen würden, dann würde ich hier das Netz direkt die Gradienten einfach drauf addieren. Das bedeutet, ihr habt den Fehler oder die Veränderung von dem Step davor. Das heißt, ihr habt aber im Endeffekt einfach eine größere Lernrate, als ihr es machen, als ihr bräuchtet. Sprich, ihr lernt den Fehler von letztem Mal plus den Fehler von diesem Mal. Also ihr macht sozusagen einfach zu viel. Und deswegen müssen wir sagen, die Veränderung soll jetzt bitte wieder 0 sein. Okay, und jetzt ganz, ganz simpel, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen jetzt unser Loss einfach mal zurücksetzen. Also unser Loss sozusagen durch Backpropagation direkt durchlaufen lassen. Und das geht jetzt einfach über Loss.backward. Okay, und das ist alles. Das war es schon. Jetzt müssen wir hier nur noch den Optimizer einstellen. Also das ist jetzt sozusagen unser Loss, das berechnet wird für das komplette Netz, was hier alles sein soll. Und jetzt brauchen wir den Optimizer. Den erstellen wir uns jetzt einfach. Optimizer ist gleich Optim. So, und jetzt was machen wir? Wir machen ein Stochastic Gradient Descent, SGD. Wir können auch völlig andere Sachen machen. Adam ist noch sehr, sehr berühmt. Wir können aber auch ein ADA Grad oder ADA Delta oder sowas machen. Die werde ich vielleicht noch in der anderen Tutorial-Reihe zu neuronalen Netzen, die gibt es da auch noch nicht, werde ich vielleicht da noch vorstellen. Aber ja, ansonsten einfach mal ausprobieren, was für euch gut funktioniert. Ich würde euch erstmal ein SGD empfehlen. Das ist so der Standard. Dann vielleicht ein Adam ausprobieren. Und ansonsten lest euch einfach mal ein bisschen ein, was genau da der Unterschied zwischen denen ist. Und ansonsten probiert einfach jedes davon aus. Also neuronale Netze haben sehr, sehr viel mit Ausprobieren auch tatsächlich zu tun. Das heißt, schreiben, trainieren lassen, ausprobieren. Ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Mache ich es vielleicht nochmal? Und so weiter und so fort. Okay. Und jetzt, was braucht dieser Stochastic Gradient Descent? Was braucht er hier für Parameter? Naja, das sind die Parameter aus unserem Netz. Das heißt, Netz.parameters liefert euch alles, was ihr braucht. Und dann müssen wir noch die Learning Rate setzen. Also das ist quasi das, was alles trainiert werden kann. Deswegen hier Parameters. Das ist das, was sich auch am Ende verändern wird, was quasi wirklich bei eurem neuronalen Netz das Training verursacht. So. Und LR bedeutet jetzt hier, wir brauchen eine Lernrate. Das heißt, wie stark sollen wir lernen? Das wird dann einfach nach einer ganz normalen Lernregel sozusagen abgedatet. Und ja, die geben wir jetzt hier einfach mal mit 0,01 an. Das Tolle aber bei eurem PyTorch neuronalen Netz ist, dass ihr hier die Learning Rate nicht irgendwie wie bei TensorFlow abbrechen müsst, also das Lernen abbrechen müsst und dann neue Learning Rate und nochmal neu machen und das Netz laden und alles so weiter und so fort. Nein, ihr könnt einfach während des ganzen Prozesses sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel in Epoche 20 sind, dann reduzieren wir die Lernrate um 0,1 oder sowas. Und wenn wir in Epoche 30 sind, dann ist die Lernrate 0,0001 oder sowas. Das heißt, ihr müsst hier nicht abbrechen. Bei TensorFlow ist das alles viel, viel komplizierter. Ihr könnt hier sozusagen dieses Ding einfach in die Vorschleife reinstecken und 100.000 Mal ausführen. Werden wir aber alles, wie gesagt, noch machen. So. Und das tatsächlich, also hiermit haben wir jetzt unseren Optimizer generiert. Und das tatsächliche Lernen machen wir jetzt ganz einfach, indem wir hier sagen, Optimizer oder ja doch, Optimizer.step. So. Und das lernt ihr jetzt sozusagen. Und wenn ich mir das jetzt angucken möchte, dann nehme ich jetzt einfach mal hier das da. Sekunde. Ich schreibe das hier gerade mal so leicht um, damit wir hier keinen Zufall mehr drin haben, sondern damit wir auch sehen können, was jetzt hier passiert. Das heißt, wir wollen jetzt hier von mir aus 1, 0, ups, 0, 0, 0, 1. Ich drehe jetzt einfach sozusagen diese ganzen Variablen hier um. Und ja, lasst ihn das lernen. Sozusagen genau das Gegenteil von dem, was hier rauskommen soll. Wir lassen es jetzt hier in unser Netz reinlaufen. Und der soll dann sozusagen merken, er soll jedes einzelne Teilchen dafür umdrehen. Okay. Dazu brauchen wir natürlich, ich würde mal sagen, wir geben hier einfach immer den Fehler aus. Das heißt, wir printen hier unser Loss. Print Loss. Upsala. So. Und jetzt lassen wir das hier tatsächlich einfach mal laufen. For, ähm, i in Range 100. Und das rücken wir ein. Okay. Das heißt, unser Netz soll jetzt gerade einfach lernen, dass es diese Variablen einfach umdrehen soll. Und ja, wir gucken uns das einfach mal an. Upsala. Achso, ja, ähm, klar. Wir haben hier oben schon einen Tensor stehen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier das Ganze nicht nochmal in eine... Äh, wir haben hier oben schon eine Variable stehen, also nicht nochmal eine Variable umwandeln. Ähm, so, und wenn ich das jetzt ausführe, dann, ähm, passiert folgendes. Ja, wir bekommen hier erstmal, ähm, den Fehler sozusagen immer angegeben. Also, ich gehe mal nach ganz oben, bis es angefangen hat. Wir haben am Anfang einen Fehler von 0,6152. Das ist relativ random, weil wir natürlich hier unser Netz irgendwie random initialisieren. Wir haben jetzt aber hier immer denselben Input und denselben Output. Das ist sozusagen immer eine Epoche. Wir haben jetzt 100 Epochen trainiert. Alles auf der CPU übrigens. Und wenn ihr das Ganze auf der GPU machen wollt, dann müsst ihr noch kurz warten. So, ähm, dann haben wir hier im nächsten Schritt 0,6120 als Fehler bekommen. 0,6000, äh, 088 und so weiter und so fort. Und dann haben wir immer mehr den Fehler reduziert. Unser Netz hat sozusagen immer mehr kapiert, dass es jeden einzelnen Input einfach umdrehen soll. Bis wir am Ende bei einem Fehler von 0,3955 angekommen sind. Also schon verbessert und zwar ums Doppelte. Ich würde mal sagen, man müsste hier noch ein bisschen die Lernrate hochstellen. Und, ähm, ja, dann können wir das einfach nochmal laufen lassen. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir sehen hier, wir haben den Fehler reduziert auf 1 mal 10 hoch minus 10. Also, wir haben den Fehler reduziert auf 0,000000. Verdammt, verdammt wenig. Das heißt, unser Netz hat kapiert, jedes einzelne Bit hier muss einfach nur umgedreht werden. Ohne dass wir irgendwas gemacht haben, das hat unser Netz von selber gelernt. Und das als leichtestes Einstiegsbeispiel sozusagen, würde ich mal so behaupten. Ähm, dafür, dass wir wirklich nur zwei lineare Schichten hatten mit jeweils 10 Neuronen drin. Das ist schon, und eine einzige Aktivierungsfunktion hier. Das ist schon beeindruckend. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.